Ich bin der Name des Rüte von Team Flair und es wird immer ein ewiges Schicksal sein. Au, aber schwarz und Edge. Brrrrrr. Kann aber auch rot und Edge sein. Wie fertig bin, werden wir drehen, werden eure Tränen herumkullern wie Pokébälle vom Fließband. Okay. Team Flair rüber, möchte ich kämpfen mit Magnein. Er hat keinen, wow, er hat tatsächlich keinen, keinen Bedroherr. Das ist ein bisschen mit meinem Fallmantel nicht. Wenn ich sehe, nehme ich mit. In dein Gesicht, Golbert. Oh, du treuest, blöder Förderband, befördert mich in die Welt ohne Leid. Bam. Ich muss gleich nur hochgehen. Achso, ja. Hatte ich wieso. Da ist ein Flottball, das ist kein Metallmantel. Als ob ich auf die Clownstreifen nicht öffne. Ich kann nicht auf das Gelbe drauf, leider. Ah, der muss irgendwo rumliegen. Hi. Wenn Holz made aus Carlos in der Welt schmeißt es tief. Okay. Wie tief sitzt er denn in deinen Anzug, Mann? Brauneschen Anzug ist auch, ich wollte es nochmal sagen. Suit ab und so, ne? Tom Kick. Au. Stopp. Bam. So. Bam. 41. Noch einmal, nein. Hat der Bedroher. Wir haben Cosplay, demnächst Team Flare. Nein. Ich habe die roten Haare, bekomme ich dem Tief nicht zu hin. Nicht auf der Gamescom. Ah, hier kann man das umprogrammieren. Ah, hier kann man das umprogrammieren. Da, da, da. Ah, da. Da, da. Alter Automatismus ist der Fangetrieb, mit Pokémon unsere Lebenserreiche. Da die wahrscheinlich, weil die meisten Leute noch weg Accessos werden konnten, die Fabrik in der Hand im Training mit umgesetzt werden. Wenn dem Flair aller Poké-Bölle steht, können wir mit Pokémon keine Freundschaft mehr schließen. Das stimmt wohl. Wie, wie, wie. Du, klein ohne Anzug, also kannst du kein Mitglied von dem Flair sein. Aber wirst du dann? Eigentlich spielt es gleich eine Rolle, solange du dich mit dem Flair egal ausmachst. Mit den Scheinern kannst du bis die Richtungen ändern, die sich fließbar bewegen. Dein Poké-Bölle, ja, gut, ich halte mich. Nice, das ist nice. Ich bin eigentlich ein Pokémon nicht. Okay. So, bam, 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 bam. Ball, Ball, Pokéball, Ball, 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 Hyperball. Geil! Hände nicht alles aufeinander. Flugrecht! Äh, dann kostet der Postpäter jemanden Garados, weil... Dann muss ich auf jeden Fall ein Foto mit demjenigen, der aus der ist. Aber ich hätte noch nie jemanden gesehen, der Garos cosplayt. Ganz ehrlich. Es ist kompliziert. Oh nein, oh nein, ich habe keine Bälle mehr zu werfen. Ah, hier bin ich hochgekommen. Okay, never mind. Habe ich Leute gesehen, die das machen? Ich noch nicht, so. Ich habe keinen anderen Weg, außer das hier zu machen. Aber ich muss nicht hier drauf. Ich muss bestimmt hier runter. Und habe dort keine Möglichkeit, was zu machen. Okay, never mind. Ich muss nicht mit dem doch da drauf. Hi. Hello von the other side. Bam. Hi. Erwischt. Los, jetzt zieh dich nicht so insgesamt. Willst du sicher auch für Team Flair arbeiten? Wenn du uns zum Hand gehen würdest, müssten wir die ganzen Pokobölle nicht allein schleppen. Oder willst du gegen die Zahlung von 5 Millionen Dollar mit unserer Organisation? Bequemer geht's gar nicht, oder? Was in alle Welt geht nur in euren Köpfen vorher, geistige Tierflieger? Ich kann nicht zulassen, dass sich hier mal die Pokobölle in den Nagel reißt. Ja, vergiss es mit dieser Tatenkreis. Vielleicht hätten wir unseres hausbaren Zeit. Du hast recht. Hier wird eh kein irgendwas taugen können. Wir laden auch gleich die Luft jagen. Sieh an, sieh an. Wen haben wir da? Einträgling? Einträgling ist gesagt, die richtige. Die ungebeten seid auch wohl ihr. Hey, du, ich brauch deine Hilfe. Meine Güte, das ging jetzt reichlich verzweifelt. Meine Werte, Verbegleiter. Tut mir ja wirklich sehr leid, aber in Hoffnung werde ich jetzt in den Kimer stecken. Vorstand! Look at me, I'm fame! Ah! Und so. Bam, 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 bam. Und das. Kommst du, kommt der Nugget und den Meisterball. Das ist awesome. Wir können ja... ...sie Jana mal wieder ein bisschen was machen lassen. Hey, dein Gesicht! Verdammt, das hat nicht gereicht. Als Obmann! Komm schon. Ey, er wird 1,5-schatzig. Nanu! NANI! So. Ey, mach mal langsam. Du musst doch nicht für externliche Fabrikler gar nicht in die Wolle legen. Sei mein Trauerspiel von einem Forschungsbediener hätte ich ja mehr erwartet. Was irgendwie muss auch. Bis jetzt müssen eben wir Forscher ran. Lass uns mal den Kampf 2 gegen 1 richtig fertig machen. Erhört wenigstens 1 unserer Siegeschance. Ach ja, du bleibst das Spiel dran bin. Ist er wird zur Stärkung? Sollte ein Rötzler für mehr oder weniger ist doch Jacke wie Hose. Also kommen wir uns, wie expert Wahrscheinlichkeit in unseren Siegesagern jetzt von Zeit ansteigt. Dann-Dan-Dan-Dande. Da, da. Egal. Da brauchen wir ja mal nachher auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wird ihr mal auf Wissenschaftlerinnen? Kannst du in der Kampf gegen diesen knallschütten Häfen nachbarn? Ja, klar. Nerf ist gefecht. Zeitschwein. Dieder-Duell. Team Flakabrian Berger möchten kämpfen. Vultenso und Leopolda. Die haben nur ein Pokémon, als ob. Da kommt es garantiert ein krasser Bits-Slap Was schluck ich nicht beim Aussprechen Nicht auf mich Okay doch nicht Wunderbar Das tut nämlich weh Das auch Tschüss Die Augen war nett mit dir Ich hoffe sie spielt keinass Gekillt mit der Schneider in ihr Gesicht Einfach weil ich ihn mal sehen will Ich bin immer noch verhöhnt Schlitzer Schlitzer Als ob sie mich noch kein anderes Mal angegriffen haben Außer mich hat das Effekt attacken Das ist so super Das ist so super Geld Ich habe es wirklich seit Wir sind einfach so uncool Ich bin so uncool Auf Wirklichkeit ist es noch ein Wahrscheinlichkeit Gar keine Garantie Und die andere sind einfach weggebrochen Na sowas Also ich wahr sei Wir sind aber mächtig Mächtig baden gegangen Genug das reicht Wir haben schon Pogobälle Superbälle und Meisterhyperbälle eingesagt Das reicht fürs Erste Machen wir das mal für Staub Ihr habt mich gerettet Vielen Dank Ihr seht sich nicht Aufstuppt Eures geringe Alten Seid ihr ganz vordrückliche Pokémon Trainer Gut ich werde sagen Das Zeichen meiner Dankbarkeit Ein Geschenk machen Dann könnt ihr euch da Meisterball in Riesennucket wählen Das zuerst wählen Das ist wie ein O macht Ja genau so was Das ist ausgeplackt Wie ein echter Trainer Jetzt Jetzt bin ich Meisterball in Riesennucket Ich nehme Riesennucket Und zwar weil ich Geld brauche Für meine Anti-Sachen Bam Scheiß auf Meisterball Ich brauche Geld Ach weißt du was Ich gebe dir immer beides Und Sarena bekommt nichts Ich gebe jetzt auch für dich Oh vielen Dank Geht das überhaupt wirklich in Ordnung Mein Gefühl sagt mir Es sind beiden ganz genau Wenn du wirst Was damit anfangen Dann fang ich mit mir Nioh 2 Oder Kabodo Er hat anders Als diese Gaude von Team Flare Nach übrigens nicht einmal Ich weiß Was man mit einem Riesennuck Anstellen soll Denn nach diesem Verfluchte Team Flare Jetzt betwecken sie bloß Mit den Diebstahl All der Pokébälle Ich glaube Strom Und Pokébälle Ich glaube Ich bin ein bisschen Feier liegt hier noch Irgendwo was Sie wird die Meisterball nie benutzen Nach der Liga vielleicht Oder ich verprügel sie Und loggs in den Meisterball ab So So Ich sparte nochmal die NPCs an Vielleicht geben die mir dann Das Item Oh sie hat ja einfach nur Okay da war ja was Okay dann nicht Ich muss hier da Hier rüber Wow 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 Hast du den gerade Wirklich getroppt Wow Hast du den gerade Wirklich getroppt Hast du den gerade Wirklich getroppt Team Flare? Wow 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 Okay Hey jetzt glaubst du Wir können uns das mal ein bisschen umsehen Gut mir leid Das ist nicht der richtige Moment Das haben wir dem Flair zu bedanken Team Flare den Namen sagt Oh Gott Sind die so Stroh Sind die Typen haben vorhin in roten Anzügen Ganz genau Team Flare Sie hat mit Gewalt alle Pokéball an sich genommen Wie schlimm Von solchen Leuten sollte man sich besser fernhalten Hat recht dass du so war Team Flare ist echt übel Was machen wir jetzt Na der Kader ist nicht Ich hatte für den Rescora Wird da kein geklippt Na ja Deine Clips sind legendär So Du klippst alles Mein ganzes Leben ist geklippt Auf Twitch Sollten wir deinen Weg Dorthin machen Serena Mr. Games Ihr seid nicht wirklich einmalig Ihr seid im Längen stärker als meine Fieslinge Übertreibst du ja bitte durch Nicht okay Vielen Dank Dank dir sind wir wohl auf Allerdings kann man Darf man sich den Sinn und Zwecken des Abenteuers sein Immer auf dich aufzupassen Oh da steht noch eine Demo 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 What Das war Nicht so richtiges Kompliment Aber egal Ich muss mit dem Arbeiter sprechen Den hab ich mich schon ausgelassen Der ist neu Ich muss hier dann Er sagt nichts wichtiges So Okay, was kommt jetzt? Eine Hologel-Meldung Geistnahe Pokéball-Verdinale Räumlein konnte umdurchspendet werden Hervorüber soll keine Auswirkungen auf den Laufenden bei Pokéball-Verkaufsgeschäft haben Fun-Fact ist sie aus der Pokémon-Liga Die Feuerwehrleiterin Und sie ist auch bei Team Flair Haha, Spoiler Ja, man kämpft nie gegen sie als Team Flair-Mitglied Äh Okay, er hat es nicht geschafft, sie einzuholen Okay Wo kann man das Riesen-Nugget eigentlich gut verkaufen? Verkaufswert Offenbar ist es Playball gleichwert So Wie viel gibst du mir dafür? Wie viel gibst du mir dafür? Äh, ist es nicht hier dabei? Okay, ist es hier Das ist voll wenig Ich brauche mehr Geld Ich brauche Wow Ich muss einfach abartig reich werden Für den Anzug Gott Ich werde auf jeden Fall nach Irgendwann auch so einen Geld-Grinding-Stream geben Und der 15 Der Brunnenweg Okay 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 Aha, jetzt hast du mich vielleicht nicht errufen Aber hier bin ich, ne? Überrascht Amnesie Okay Okay Ich will meine 400 Riesen-Langes auf Aus Ultrasonne Gerne Kurz auf Y Übertragen Um meinen Anzug zu kaufen In den extrem Überteuerten Laden Wie es gehört Natürlich Das ist so mein neues Ziel Für das Spiel Neben dem eigentlichen Content Der Anzug Und der Hut natürlich Du bist ja wahnsinnig stark Ich bin echt überrascht So Beweber Wunderbar Okay Wir machen jetzt mal kurz folgendes Gehen wir kurz jetzt zurück Ich habe nochmals von da Ich habe noch nicht so viel auf der Route gemacht, ne? Ähm So Bäm 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 So Dann machen wir jetzt nämlich hier eine kleine Pause Von ungefähr 10 Minuten Keine pinke Pause Nächst mal Bäm 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 Und zwar bis 19 15 19 15 Minuten 15 Minuten Dann sehen wir uns Gleich wieder 绝� J doing